Ah, hier ist ein Tisch, lass uns mal Kelmen kaufen. Ich will ein bisschen zauken, das war das Erste, was wir gemacht haben. Hier gibt's hier, der ist super. Hier ist mein Kaffee. So die kleinen Törtchen. Da hab ich auch viel Espresso getrunken oder Espressi. Da ist natürlich eingebaut, das eine Espresso, also zwei Espresso oder Espressi. Und ich hatte mal eigentlich einen Revierler gefragt. Und der hat gesagt, si un Espresso, si du Espresso, si mi un Espresso. Aber er bleibt der, der ich hege, der sich nicht kaufen lässt. So, 20 Euro und achten.